Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir drei Aktien von der 10x Watchlist. Willkommen zu Amazon. Aktuelle Marktkapitalisierung 1,95 Billionen US-Dollar, ein aktuelles Kursumsatzverhältnis von 3,3, ein derzeitiges Kursgewinnverhältnis von 52, bei einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von 32 und einer aktuellen Shortquote von 0,8%. Amazon schauen wir uns zuerst mal im etwas größeren Bild an und zwar zurück bis 2021. Wir sind jetzt wieder an diesem extrem wichtigen Widerstand angekommen und man muss sich das Ganze auch gleich natürlich kurzfristig charttechnisch anschauen, was hier möglich ist, keine Frage. Worauf man aber auch ganz genau achten muss, worauf man grundsätzlich mal achten muss, ist, dass wir hier im Jahr 2021 dieses ganz klare Doppeltop hatten. Das ist der Bereich von den 188 US-Dollar, aber das war dann hier auch sehr, sehr oft nochmal Widerstand. Dann gab es den Squeeze auf die neuen Tops, wir sind nochmal drunter abverkauft worden und jetzt sind wir wieder hier angekommen. Wenn sich hier nochmal eine echte Welle zur Downside anreihen sollte, dann muss man hier auf ein Target gehen, von etwa 172 bis 170 US-Dollar, die 200-Tage-Linie läuft bei 168. Das wäre hier für die A, B, wenn es hier nochmal wirklich Ärger geben sollte bei Amazon, das Ziel zur Downside. Aber jetzt schauen wir uns das Ganze im aktuellen Bild an. Wichtig fürs große Bild habt ihr jetzt hier die Information, wir sind jetzt hier am Widerstand angekommen. Es gibt aber auch ein ganz klares Level, wo die Aktie bullish ausbrechen muss, um dann wirklich, möglicherweise jetzt nach dem Pullback, den wir gesehen haben, denn auch bei Amazon war das durchaus eine Korrektur, die Schmackes hatte, um circa 14 Prozent. Vor allen Dingen gestern nachbörstlich gab es hier einen Schweinemove. Das müssen wir uns gleich anschauen, was dieser Move gemacht hat vor allen Dingen und was seitdem passiert ist bei Amazon. Also ab ins kurzfristige Bild und wie gesagt, die groß sehr übergeordnete mittel- bis langfristige Zielzone ist hier oben im Bereich von 217 bis 250 US-Dollar und vor allen Dingen, wenn die Aktie über 200 US-Dollar ausbrechen sollte, dann können die 217 sehr, sehr schnell gehen. Potenziell aber auch der Squeeze deutlich tiefer in die Zielzone. Und im aktuellen Bild muss man hier einfach diese Entwicklung ganz genau beobachten. Dieser Washout war natürlich nicht gestern, sondern am Dienstagabend, Verzeihung, natürlich im Rahmen dieses Sell-Offs nochmal von den Microsoft Earnings, wo der Tech-Bereich ja seinen lokalen Boden markiert hat. Amazon hat sich ja nochmal ein tieferes Tief abgeholt, aber was bitteschön für eins. Das muss man sich wirklich vor Augen führen. Das ist brutal. Wir haben hier den Washout gesehen, genau auf diese 174 US-Dollar. Dieses Level hatten wir auch angesprochen im Big Tech-Update, dass das hier dieses letzte Zwischentief war vom Juni und das wurde halt mal derartig stark gekauft hier in eine Doji-Kerze. Und von diesem Tief, was wir eben gesehen haben, Dienstagabend, ist die Aktie ans heutige Hoch um 10% hier angesprungen, nach oben gesqueezed. Und deswegen müssen wir uns jetzt hier auch bei Amazon, derzeit sehen wir aber diese Entwicklung, die wir bei einem Rising Wedge immer wieder sehen, Bruch drunter, Rallye an die untere Trendlinie. Sowas kann als Verkaufssignal interpretiert werden vom Markt und es wird derzeit auch als Verkaufssignal interpretiert vom Markt. Vor allen Dingen, weil wir jetzt hier nicht nur wieder unter diese Tops gefallen sind, wie wir gerade angesprochen haben, bei 188, sondern wir wurden jetzt auch abgewiesen an der 20-Tage-Linie und für den Moment auch an der 50-Tage-Linie. Wir schauen uns natürlich jetzt dennoch die aktuelle Zone an. Die große Zone bleibt aber auch im Chart, weil im Prinzip sind wir hier noch in dieser Korrektur, die wir eben hier im Chart haben, seit dem Tief im April rauf ans Allzeithoch runter. Da gab es jetzt eben am Dienstagabend diesen kleinen Stop-Loss-Hunt und das 61er und 65er Fibonacci. Das war ein buchstäblicher Schweinemove, muss man sagen. Das war wirklich dieses senkrecht runter, um hier alles zu rasieren, senkrecht rauf, um dann wirklich die, die hier ausgestoppt wurden, so richtig, richtig blöd aus der Wäsche schauen zu lassen. Jetzt muss man sich das Ganze aber auch kurzfristig so ein bisschen anschauen. Man muss hier ins Kleine, Kleine. Es nutzt nichts. Man muss sich diesen letzten Squeeze, weil der so signifikant ist. Der ist nicht nur bei Amazon signifikant, der ist beim Nasdaq signifikant. Nvidia hat bei diesem Squeeze die höchste Marktkapitalisierung beispielsweise oben drauf gepackt, die eine Aktie jemals an einem Tag oben drauf gepackt hat. Also es sind hier wirklich absolute Superlative passiert seit dem Tief im Tech-Bereich. Und deswegen muss man dieses Tief im Tech-Bereich sehr, sehr ernst nehmen. Vor allen Dingen auch, weil es die Microsoft-Earnings waren, die hier ausgewaschen wurden. Sowas ist signifikant. Diese Rallye muss jeder aktuell auf dem Schirm haben, der sich mit dieser momentanen Korrektur im Tech-Bereich auseinandersetzt. Und aus diesem Anstieg, aus diesem Squeeze, sehen wir die Zielzone. Da sind wir fast angekommen jetzt bei 100 und etwa 84, 185 US-Dollar. Und dann das 61 und 5, das passt halt auch schon wieder perfekt. Das ist genau dieses kleine Zwischentief aus dem Juni. Da darf man nochmal runter, das darf man sich nochmal abholen, das darf man sich nochmal ganz genau anschauen. Und das wäre die Bewegung, die die Amazon-Bullen sehen wollen. Jetzt dieser Impuls, komm nochmal runter und bau dann quasi aus diesem ersten Impuls-Rücksetzer. Und gerne ein 200er Extension, dann sind wir hier genau bei den 200 US-Dollar. Und dann von hier oben nicht wieder komplett kollabieren. Kein Doppeltop, sonst wird es richtig ungemütlich. Sondern eben, wenn wir jetzt hier im Rahmen der Earnings wirklich wieder raufsqueezen in Richtung der Allzeithochs, dann eine milde Konsolidierung. Gerne am Top von diesem Rising Wedge, so wie wir es hier versucht hatten, aber drunter gebrochen sind. Das sollte jetzt hier zum Support werden. Und dann ist hier bahnfrei in Richtung deutlich neuer Hochs bei Amazon. Und deswegen muss man ganz klar dazu sagen, ich finde diesen aktuellen Dip am Markt nach diesem Monster-Impuls von den Tiefs durchaus spannend. Als potenzielle Buy-the-Dip-Gelegenheit erster Impuls-Korrektiv. Wir sprechen auf dem Kanal über so gut wie nichts anderes die ganze Zeit. Impuls-Korrektiv-Impuls. Das ist jetzt, wenn es hier nicht komplett kollabiert, der hat es halt ein Korrektiv. Wobei man dazu sagen muss, bei Amazon stürzt das hier jetzt schon ordentlich auch von der Klippe. Und wie gesagt, nicht vergessen heute nachbörstlich die Zahlen. Wir schauen uns auch noch gleich an, was hier als erwarteter Schwung antizipiert wird vom Optionsmarkt. Unter 181 US-Dollar darf es hier ein paar Wigs geben zur Downs. Das darf hier nachbörstlich so aussehen, wie wir es zuletzt gesehen haben. Aber Schlusskurse, muss ich dazu sagen, auf Tagessicht unter 181. Die würde ich jetzt aktuell eher kritisch finden. Und hier sehen wir jetzt die erwartete Volatilität bei Amazon. Und da kann es heute nachbörstlich richtig rund gehen. Der Optionsmarkt geht nämlich davon aus, dass Amazon zwischen 7 und 8 Prozent heute schwanken könnte bei den Earnings. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal an, wenn es hier Minus wird von 7 Prozent. Denn selbstredend, wir nehmen jetzt hier mal so etwa die Hälfte der aktuellen Acht-Stunden-Kerze in Minus von 7 Prozent. Boah, dann machst du fast neue Tiefs. Dann will ich schon fast davon ausgehen, dass es dann richtig nochmal scheppern kann zur Downside in Richtung 200-Tage-Linie. Und wenn die Earnings zufriedenstellend ausfallen, naja, dann kann die Aktie auch after hour in Richtung Allzeit hochsqueezen. Denn ein Plus von 7 Prozent in etwa, wenn wir das aktuelle Level mal nehmen von etwa 7 Prozent, naja, dann sind wir bei 198 US-Dollar. Wenn wir in etwa die Hälfte nehmen, der aktuellen Acht-Stunden-Kerze, dann sind wir hier oben bei den 200 US-Dollar. Also extrem spannend. Entweder gibt es bei Amazon dann wirklich den Backtest der 200-Tage-Linie in Form dann einer A-B-C-Bewegung runter. Das kann man sich dann natürlich nochmal anschauen für eine Tranche bei 165 US-Dollar in etwa. Oder wir sehen aus dieser Sicht jetzt gerade den ersten Impuls, Korrektiv-Impuls und dann finden wir die Aktie morgen eventuell im Bereich der Allzeithochs. Und wie gesagt, falls es der bullische Move wird, dann wäre danach sehr, sehr wichtig, dass wir das mild abkonsolidieren, dass wir hier kein Doppeltop bauen. Und dann kann es für Amazon in Richtung der bullischen Zielzone gehen. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gerne deinen Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Komm zu Meta. Aktuelle Marktkapitalisierung 1,28 Billionen US-Dollar. Ein aktuelles Kursumsatzverhältnis von 9. Ein derzeitiges Kursgewinnverhältnis von 29. Bei einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von 21. Und einer aktuellen Shortquote von 1,3%. Meta schauen wir uns erstmal zurück an bis ans Tief im Jahr 2022-2023. Und zwar schauen wir uns hier mal den übergeordneten Trendverlauf an. Bei Meta gab es das Tief, wie wir wissen, im November 2022 bei sage und schreibe 88 US-Dollar. Und seitdem gab es hier in diesem Aufwärtstrend durchaus interessante Berührungspunkte. Natürlich der allererste. Danach gab es hier nochmal diese Aufladephase. Und danach konnte sich dieser Trend hier massiv beschleunigen. Es gab dann im Oktober 2023 einen weiteren Berührungspunkt. Auch von hier konnte sich die Rallye nochmal so richtig beschleunigen. Und jetzt sehen wir hier im Prinzip seit Februar diesen Jahres, muss man sagen, eine fünfmonatige Konsolidierung. Wir hatten im Rahmen dieser Konsolidierung durchaus Allzeithochs erreicht. Und diese Konsolidierung ist im Prinzip auch geprägt von steigenden Hochs, steigenden Tiefs. Das ist hier oben ein kleiner Trendkanal bei Meta. Wir hatten zuletzt im Big Tech Update darüber gesprochen, dass für mich diese Zone um die 450 bis ans Tief runter 430 US-Dollar. Das ist eher sehr spannend, um dann hier auch mal einen Fuß in die Tür reinzustellen in diesem Bereich. Vor allen Dingen, solange die 200-Tage-Linie und der Aufwärtstrend intakt bleiben. Heute gab es, bzw. gestern nachbörstlich gab es die Zahlen bei Meta und die haben wirklich nach oben überrascht. Und insgesamt, muss man sagen, auch sehr, sehr gut im KI-Bereich aufgestellt. Auch mit ihrem eigenen Large Language Model Lama hier sehr gut unterwegs. Und vor allen Dingen hat man jetzt auch hier wirklich die Erwartung der Wall Street Analysten deutlich schlagen können. Auf der Gewinnseite, auf der Earnings-Seite ein Plus von 9% und auch bei den Umsätzen vor allen Dingen ein Plus im Vergleich zur Prognose von über 2%. Die Aktie ist heute sehr, sehr stark unterwegs. Wir schauen uns jetzt noch gleich als nächstes die aktuelle Chart-Situation aus. Ob wir schon Breakouts jetzt sehen mit der heutigen Rallye, wo Meta genau nach oben gedreht ist. Und vor allen Dingen kann es auch nicht schaden auf dem Weg zu unserem Kursziel für Meta, das wir ja schon seit vielen Monaten hier im Chart haben. Muss man sagen von 567 US-Dollar, das heute Goldman Sachs auch das Ziel nach oben geschraubt hat für Meta. Nämlich genau auf 555 US-Dollar. Die hatten es zuvor bei 522. Und jetzt sind wir im aktuellen Bild bei Meta auf der linken Seite. Seht ihr die Konsolidierung im Februar diesen Jahres. Das hat sie letzten Endes begonnen. Im April gab es das erste Top, jetzt zuletzt im Juli das zweite Top. Und insgesamt muss man sagen, baut die Aktie hier auch ansteigenden Tiefs. Also das ist hier völlig intakter Aufwärtstrend im ganz großen Bild. Aber hier auch lokal. Auch wenn man dazu sagen muss, dass die Tops hier durchaus empfindlich abverkauft werden. Und deswegen muss man jetzt hier auch ganz genau hinschauen. Wir hatten sie zuletzt im Big Tech Update auch besprochen. Ich habe hier unten diese Zone farblich deutlich hervorgehoben. Und das ist schon spektakulär, wie sie hier zweimal reingedippt ist. Einmal letzte Woche am Donnerstag und dann nochmal hier zuletzt jetzt am Dienstag. Sind wir nochmal in diese Zone reingedippt. Das war der Bereich zwischen 450 und 430 US-Dollar, 425. Wir hatten auch gesagt, unter der 200-Tage-Linie hat sie nichts verloren. Und das war jetzt hier der Bereich, wo ich jetzt auch mal ein bisschen zugegriffen habe bei Meta. Die ist insgesamt so ein bisschen, muss ich dazu sagen, an mir vorbeigegangen im AI Bullrun. Dann haben wir auch mal im Big Tech Update darüber gesprochen, wie ihr zu Meta steht. Ist das eine Aktie, die ihr im Depot habt, die ihr weit oben auf der Watchlist habt? Und so ein bisschen war auch mein Eindruck, dass die in der Community etwas vorbeigegangen ist. Was wir jetzt sehen eben im Rahmen von den freundlichen Earnings, ist dieser wunderbare Breakout bei Meta. Und zwar ist sie jetzt von den Tiefs, sowas darf man auch nie vergessen. Auch bereits wieder um 20% nach oben geschossen seit dem Mittwoch, seit dem Dienstagstief ans aktuelle Hoch der 8-Stunden-Kerze. Sind wir hier um 20% nach oben geschossen, auch gerade mal im Hinblick auf die Marktkapitalisierung. Natürlich hier gewaltige Bewegungen. Auch hier oben sind wir jetzt eben im Bereich vom 78er, 88er Fibonacci gewesen. Also vom Abverkauf ist hier oben auch die wichtige Widerstandszone. Und wir sehen jetzt auch, muss man sagen, Gewinnmitnahmen bei Meta, sie ist vom Earnings-Top, was wir jetzt in der aktuellen 8-Stunden-Kerze sehen, bereits 5,5% runtergekommen. Und das kann man sich natürlich jetzt hier auch entsprechend abmessen. Auch wenn man jetzt hier ins Klein-Klein rein muss, kann man sich natürlich jetzt von diesem Squeeze eine Zielzone einzeichnen. Und dann hast du im Prinzip deine Bereiche, wenn das Ganze hier bullish bleiben soll, wenn das Ganze hier wirklich in Richtung neuer Tops gehen soll, dann wollen wir hier im Prinzip nicht mehr drunter fallen unter dieses lokale 61er Fibonacci. Das gibt uns hier den Beginn der wichtigen Supportzone im Bereich um die 490 US-Dollar. Das ist hier auch 20 und 50 Tage liegen, die 491 und 491 US-Dollar. Die laufen hier genau parallel, die 50 und 20 Tage liegen. Also hier ist auch das 38er Fibonacci jetzt von diesem Anstieg. Das ist sehr, sehr spannend, dieser Bereich. Sobald man sagen muss, das ist jetzt auch der übergeordnete Korrektur. Das ist der letzte Kapitulationsabwärtstrend. Das ist hier der übergeordnete Korrekturabwärtstrend. Und um den kämpfen wir jetzt hier auch gerade. Also hab hier mal dieses kleine Cluster, dieses kleine Dreieck hier ganz genau auf dem Schirm aus dem Abwärtstrend. Und den 490 bis 991 US-Dollar, das kann hier halten und da können wir direkt durchziehen. Und letzten Endes muss man auch ganz klar dazu sagen, wenn wir uns jetzt hier die Juli-Korrektur mal abmessen. Und Meta sollte jetzt hier im Stande sein, neue Allzeithochs anzulaufen. Dann können wir uns natürlich hier die Zielzone anzeigen. Und das ist hochinteressant. Ich würde nämlich sogar neue Hochs suggerieren in Richtung der 570 bis 600 US-Dollar. Wobei ich sagen muss, jetzt erstmal das große 161er abfrühstücken aus der Korrektur 2022. Jetzt erstmal die 576 US-Dollar abholen. Auch erstmal hier oben dann im Bereich vom Goldman Sachs-Kursziel von 555. Ganz genau hinschauen. Die Algos haben es eingespeichert. Dort werden kleine Gewinnmitnahmen stattfinden. Was hochspannend wäre, wäre natürlich jetzt folgende Projektion. Ich zeichne die jetzt mal bewusst ein bisschen aggressiver ein zur Downside. Und zwar wäre das hier der Dip runter bis tiefstens, muss ich sagen, 470, 473 US-Dollar. Dann allerdings, und das ist jetzt hier der eigentliche Support, dann wollen wir definitiv wieder über die letzten Endes 491, die wir gerade angesprochen haben, bei den 555. Bauen wir uns einen Widerstand ein. Und hier, was er dann backtestet, das müssen wir abwarten. Aber dann von hier nochmal ein Backtest und dann gehen wir in Richtung 161er Extension. Und hier oben würde ich meine Position dann natürlich auch wieder schließen, die man hier eröffnet hat mit einem Plus von ca. 30%. Was wir nicht mehr sehen wollen, ist auch klar. Je nachdem, mit welchem Horizont man hier reingeht. Diese Zone, die wir jetzt hier zuletzt als Support halten konnten, die wollen wir nicht mehr gebrochen sehen. Ansonsten kann das hier eine überschießende Welle B gewesen sein. Und sowas wird dann nochmal sehr, sehr gerne hart nach unten abkorrigiert. Vor allen Dingen, weil es im Kontext stehen würde, des übergeordneten Trendbruchs und des Bruchs unter die 200-Tage-Linie. Also dieser Aufwärtstrend wurde genau die 200-Tage-Linie aktuell parallel dazu unterstützt. Da wollen wir die Aktie im Extremfall nicht mehr drunter sehen. 491 wäre ein ganz, ganz, ganz spannender und bullischer Backtest. Diesen Dip muss sie nicht zeigen. Die 491 können es auch schon sein. Diese Konsolidierung über 491 wäre sehr, sehr bullisch, um dann eben letzten Endes in Richtung Allzeit hoch zu marschieren. Die derzeit bei 5,44 sind, wenn sie gebrochen werden sollen, achtet auf die 5,55 von Goldman Sachs. Und ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen nach Fibonacci das offizielle Kursziel, wo man dann wirklich potenziell, wir haben es gesehen, der S&P und der Nasdaq, die haben sich diese 161er abgeholt und dann ging es eben in diese Korrektur. Meta ist ein bisschen tiefer in die Korrektur gegangen. Aber das hier oben, die 5,67, die muss man wirklich als ganz, ganz wichtiges Gewinnmitnahmeziel auf dem Schirm haben. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Kommt zu Coinbase, aktuelle Marktkapitalisierung 53,2 Milliarden US-Dollar, ein aktuelles Kurs-Umsatz-Verhältnis von 11,4, ein derzeitiges Kurs-Gewinn-Verhältnis von 43, bei einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 37 und einer aktuellen Short-Quote von knapp über 5%. Coinbase schauen wir uns zuerst mal im gesamten Chartverlauf an, zurück bis zum IPO im Jahr 2021. Es gab hier diese zwei markanten Tops, einmal natürlich am Allzeithoch direkt am Tag vom IPO bei 428 US-Dollar und dann das zweite Hoch im November 2021 bei 368 US-Dollar. Ich habe hier auch in diesem Bereich meine mittelfristige Zielzone für Coinbase bei 3,44 bis 3,85, damit das auch direkt abgearbeitet ist. Man muss jetzt aber kurzfristig ganz klar auf dem Schirm haben, dass diese Zone, wo wir uns aktuell Widerstand abholen, sehr, sehr wichtig ist. Für die Aktie, das war schon mal Widerstand, das ist von der gesamten Downside des 61er und 65er Fibonacci und vor allen Dingen haben wir jetzt hier lokal das dritte Mal Widerstand gefunden. Und jetzt aktuell, wir hatten zuletzt hier dieses bullische Butterfly-Pattern im Chart. Im Prinzip bearisches Butterfly-Pattern sagt man, weil man danach, wenn das abgeschlossen ist, von der Korrektur ausgeht. Aber das Kursziel wäre natürlich ein höheres, weil wir hier ein X, A, ein hohes B, 78er Fibonacci, ein höheres C und dann letzten Endes hier die Situation haben, dass aus der Neckline wurde ausgebrochen. Jetzt sind wir aber wieder drunter. Deswegen muss man dieses Pad dann jetzt hier erstmal nicht mehr als Primär-Szenario sehen, sondern potenziell sogar sich das hier anschauen, was die Aktie macht. Ein tiefes B, wenn wir hier den Ankerpunkt setzen im Mai. Und dann muss man hier sagen, steht hier durchaus ein Szenario im Chart angezeigt, was uns tiefere Tiefs anzeigen kann. Und wir haben diese beiden Zielzonen hier auch seit einiger Zeit im Chart. Das ist der Bereich, wenn diese wichtige Supportzone hier brechen sollte bei 208 US-Dollar. Dann gibt es ein ganz wichtiges Level, eine Stufe drunter. Das war hier das Top im Dezember letzten Jahres. Da ist jetzt auch ganz genau die 200-Tage-Linie. Das wäre so ein Fake unter diese Zone. Das muss man sich anschauen. Das wären die 183, 184 US-Dollar. Aber wenn uns so eine Coinbase unter die 200-Tage-Linie fällt, was dann potenziell auch beim Bitcoin der Fall wäre, wenn er uns unter 61.000 fällt. Das ist eine interessante Parallele, dass auch der Bitcoin sich gerade schwer tut. Auch ja nach wie vor in dieser Konsolidierung feststeckt seit März. Und jetzt auch die 200-Tage-Linie hier durchaus aufschließt, die wir jetzt zurückerobert hatten. Aber wenn wir da wieder drunter fallen sollten, da muss man wirklich aufpassen im Kryptospace nochmal. Und vor allen Dingen dann bei Coinbase auch durchaus diese untere Zielzone auf dem Zettel haben. Das wäre aus Sicht dieser Serie ansteigenden Tiefs das absolute Worst-Case-Szenario aus bulischer Sicht. Oder Max Payne könnte man sagen aus bulischer Sicht für ein höheres Tief. Und das wäre dann die Zone hier unten von 125 US-Dollar. Hier ist dann auch aus Sicht der gesamten Downside das 23er Fibonacci. Nachdem wir schon beim 61er waren, wollen wir auf gar keinen Fall unter das 23er fallen. Eigentlich schon nicht mehr unter das 38er. Und das ist genau hier dieser Bereich der 200-Tage-Linie. Jetzt schauen wir aber auch noch ins aktuelle Bild mal rein bei Coinbase. Was die Aktie denn hier verbricht, muss man schon fast sagen. Wir haben hier wirklich einen ganz cleanen Fake-Out aus diesem Abwärtstrend. Wir haben hier auch eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation im Chart. Man sieht das eindeutig hier. Wenn man sich die Neckline einzeichnet, dann wird es absolut deutlich. Und zwar ist das dieser Bereich. Linke Schulter, Kopf, rechte Schulter. Alles sauber runter auf die Neckline. Hier zwischen der linken Schulter und dem Kopf hast du hier deinen Berührungspunkt auf der Neckline. Zwischen dem Kopf und der rechten Schulter. Und jetzt brechen wir durch diese Neckline auch aktuell durch. Testen sie hier auch, wenn man sie sich nochmal anzeichnet. Mit den letzten 8-Stunden-Kerzen als Widerstand. Und Abfahrt für Coinbase. Wir sehen hier, wenn wir uns das Ganze mal technisch einzeichnen. Ja, offensichtlicher geht es nicht, was der Markt hier als technisches Kursziel haben kann für Coinbase. Wichtig, Tages-RSI 42, 8 Stunden RSI 35. 8 Stunden RSI könnte die Bullen hier retten bei Coinbase. Weil wir hier jetzt durchaus auch sagen müssen, na komm, das war hier ein ganz klares Swing-Low, was wir gesehen haben im Mai. Zweiter Berührungspunkt, wenn wir wirklich die Wicks miteinander verbinden. Man kämpft hier wirklich um diesen Trend. Das muss man sagen, hier auf die 2.8 darf sie dippen. Von hier haben wir schon wirklich scharfe Rallys gesehen, keine Frage. Aber das wäre jetzt hier aus kurzfristig bullischer Sicht wirklich Max Payne für Coinbase. Dann könnte man sogar noch diesen Butterfly hier rechtfertigen. Solange wir dieses Tief hier halten, dass wir hier im Prinzip sagen, na komm, dann ist das eine ganz zähe Konsolidierung. Aber danach muss sie wirklich, wie von der Tarantel gestochen, vor allen Dingen auch aus dem Abwärtstrend ausbrechen. Und eben in diese Impulswelle starten in Richtung 300 US-Dollar und höhere Kurse. Ansonsten zeichnen wir uns hier nochmal ganz genau ein, was hier eben das bärische Alternativ-Szenario wäre. Das wäre hier der Ankerpunkt auf dem A. Dann haben wir hier, was haben wir auf dem B? Das wäre genau ein 78er. Fibonacci ein etwas höheres Ziel und ein 127er zur Downside. Wäre dann ganz genau hier die eben angesprochene Zielzone um die 200-Tage-Linie. Make or Break, man kann es nicht deutlicher sagen, heute Abend nachbörslich, nämlich hier auch. Deswegen ist sie unter anderem heute im Video bei den Earnings für Coinbase. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da, abonnier auch den Kanal und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar unter das Video. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chart-Software, die ich in den Videos benutze und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao.